Liebe Zuschauerinnen und liebe Zuschauer, guten Abend. Seit ein paar Stunden liegen wir im Einflussbereich von dieser Front. Sie gehört zu diesem Tief über der Nordsee. Darum gab es gebietsweise schon Schauer. Weitere Folgen bis in die Nacht hinein. Sie ziehen erst im Verlauf nach Osten ab. Nachfolgend lockert es von Westen her auf. Doch schon zum Tagesanbruch ziehen aus genau dieser Richtung die nächsten Wolken und Schauer herein. Dazu 11 bis 9 Grad und nur 1 Grad auf dem Brocken. Dort sind außerdem Sturmböen möglich. Ansonsten weht der Wind teils frisch. Er lässt erst morgen im Tagesverlauf wieder nach. Dazu ist es wechselnd bewölkt und zeitweise feucht. Dazwischen gibt es aber auch sonnige Phasen bei 6 bis 19 Grad. Für die Jahreszeit zu kühl und unbeständig ist es auch am Mittwoch. Am Donnerstag geht es freundlich und mit etwas höheren Temperaturen weiter. Doch Sommerwärme ist das nicht. Wo also ist der Sommer? In dieser Woche vor allem in Südosteuropa. Dort wird die heiße Luft aus Nordafrika die erste Hitzewelle des Jahres auslösen. Wir hingegen bekommen die kühle Luft von den nördlichen Polarkreisen ab. Soweit die Wetteraussichten. Gerne bis morgen. Wo ist der Sommer? Guten Abend. Der stellt sich in dieser Woche vor allem in Südosteuropa ein. Dort wird die heiße Luft aus Nordafrika die erste Hitzewelle des Jahres auslösen. Wir hingegen bekommen die kühle Luft von den nördlichen Polarkreisen ab. Zur Stunde zieht von Westen diese Front heran. Sie gehört zu einem Tief über der Nordsee. Darum kommen heute Abend und in der Nacht von Westen Wolken und Schauer auf und bestimmen dann für längere Zeit unser Wetter. Doch zum Tagesanbruch ist es wieder trocken und gebietsweise auch locker bewölkt. Dann haben wir Temperaturen, die zwischen 11 und 7 Grad liegen. Mit dem Durchzug der Front frischt der Wind auf. Gebietsweise sind auch stürmische Böen möglich. Die kann es in den höheren Lagen auch morgen geben. Dazu ist es wechselnd bewölkt und vereinzelt auch mal feucht. Es gibt aber auch sonnige Phasen und 13 bis 18 Grad. Für die Jahreszeit zu kühl und unbeständig ist es auch am Mittwoch. Am Donnerstag geht es freundlich und mit etwas höheren Temperaturen weiter. Am Freitag liegen die Höchstwerte bei 23 Grad, was ja angenehm ist. Dazu erneut Wolken, Schauer und Gewitter, aber auch etwas Sonne. Die sieht man natürlich nur, wenn man in die richtige Richtung schaut. Soweit die Aussichten für Sachsen. Gerne bis morgen.